so hallo wir machen weiter bei mario maker 2 und das letzte mal haben wir endlos herausforderung bei schwierig angefangen also bei expert und ja mein ziel war es die vier zu knacken und jetzt sind wir schon bei acht und haben noch sieben leben übrig ich gehe aber stark davon aus dass das relativ schnell jetzt aufhört auch wenn ich eine fortsetzung draus gemacht habe aber ich glaube nicht dass da noch viel passieren wird ich denke wir werden jetzt relativ schnell mit pauken und trompeten untergehen aber wir werden sehen vielleicht passiert auch was unerwartet ist zum beispiel ich schaffe das erste level was war das denn für den titel gibt ein leben weg was soll es aber das ja vor blocks rätsel gegen die zeit sammle alle 10 der münzen zwei nein weißt du die wo die sind hier oben ist schon mal keine da ist eine oh nein ob ich dem vertrauen konnte nein nee dass das spiel war nicht das gibt mir lieber weiter ach ärgerlich gegen die zeit ah nee nicht gut aber einmal muss ich es eben mal probieren nein nicht gut für uns nicht gut für uns nicht gut kriege ich jetzt nur speedruns car jump level alle fünfziger eine 5 wait das ist das das ist das erste level also dass hier das aus dem intro ist dass das wo dann ist es nicht oder ist es das sieht vom anfang her also der anfang sieht ähnlich aus das war richtig dumm und meine fortsetzung geht flöten was ist das denn ach du grüne neune das wenn ich jetzt gibt für dich dann das leben nee oder ich konnte ich den skip knopf drücken weil ich gefallen bin scheiße ich verstehe ich hätte vorher skippen müssen bist jetzt kann ich nicht mehr es gibt weil ich nur noch ein leben habe richtig spike oder kann ich das geben ach so ich kann okay wahrscheinlich so lange ich nicht reingehe kann ich kann ich immer skippen trick castle klassisch rätsel ich will jetzt irgendwas wo ich wo ich am anfang das gefühl habe ich werde nicht sofort sterben nice 2 gegen die zeit klingt nicht gut ne 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 irgendein normales vernünftiges level gegen die zeit kurz und knackig ne 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 das nehmen wir auch nicht i skipped the hell out of this ich muss irgendein level finden wo ich das gefühl habe zumindest was reißen zu können 1% garantiert nicht nope ich habe keine ahnung wo ich hin muss das hätte ja sonst wo ne ne wahrscheinlich ist die wahrscheinlichkeit 1% das richtige zu erwischen die richtige wolke es sind wahrscheinlich 100 stufen nach oben und an einer kommt man durchs ziel durch ok das sieht wie ein level aus wir gehen mal oben rum da warten schon die frechdachse ok geben wir mal gas nope nope die kommt wieder ne hoff ich kommt ihr wieder kommt ihr nicht wieder kann ich hier noch skippen ach so ich kann also auch wenn ich im level drin bin noch skippen ja gut nur wenn ich gerade falle ah das war das problem wahrscheinlich oh nein wow wow ich wollte gerade sagen wenn das wenn das am anfang dann können wir ja trotzdem das level probieren ja und solange ich groß bin werde ich ja nicht sofort sterben das heißt ich kann ja immer noch skippen ok der ist jetzt mit flügel also will ich doch den jetzt haben jetzt kommt wahrscheinlich der der stiefel ah jetzt kommt ein großer weil das oh nein jetzt habe ich es versaut keine chance das zu retten also muss ich skippen ich habe mich ja eingebaut ich komme ja da nicht raus climbing und stuff ich musste jetzt skippen es war jetzt nicht äh ich wollte ich musste nein 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 no way deutsches level sehr heiß nein habt ihr das gesehen der wäre sofort auf mich drauf gefallen nein okay nix nix raus 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 nein 20 sekunden das kann ich probieren wenn ich Leben habe aber nicht mit einem einzigen ah das ist ergerlich mit dem schuh gerade das hätte ein level sein können was man vielleicht schaffen kann aber ich habe ein screenshot gemacht das war leider der falsche knopf oi okay wir haben einen neuen rekord nun das das war das probieren wir das jetzt nochmal es ist ein neuer tag es ist die letzte aufnahme hier vielleicht lässt mich das internet ja nochmal multiplayer spielen war das gerade ärgerlich genau mist naja ich habe schon sowas erwartet ich habe schon sowas erwartet ich habe schon sowas erwartet na was denn jetzt hier gleich meckert er wieder dns verbindung das ist völliger schwachsinn er gibt mir aber auch gerade nicht mal das zurück da unten was tut er ich kann ja gar nichts drücken übrigens ich käme jetzt nicht mal zurück wenn ich wollte hä hallo ja das war wieder der screenshot ich komme gerade nicht mal zurück ich hänge fest ach da ist es jetzt ist es da ich wollte gar nicht ich habe gar nicht gedrückt dort drauf jetzt es war ja wieder komisch aber jetzt ist es von Anfang an da der Pfeil war es gerade vielleicht überhaupt nicht richtig man weiß es nicht zwei spieler 30 sekunden warten juhu komm geht zu vier hoch drei spieler 30 sekunden warten juhu vier spieler yes let's go Hugo Gamer Toony Joe und Powerfire der ein bisschen ähnlich wie ich aussieht Shirt ist gleich und die Kopfbedeckung ist gleich ja gut das war es dann auch schon Learn it Nummer 3 Spin me right round das wird im Multiplayer super funktionieren zum Glück lag das auch überhaupt nicht was soll ich jetzt dazu sagen gib mir den oh die Lacks sind weg warum auch immer sind alle vier noch da nein ich hätte spinnen müssen gib mir den neuen Pilz dankeschön wie viele Pilze das Problem ist halt ja da muss man einfach durchlaufen genau das ist das Problem okay ähm mittel ist nicht schlecht es hat keine unfairen na wobei das wo man sich runter spinnen muss im Grunde ist das eigentlich suboptimal sagen wir es mal so aber mit der Runde kann man eigentlich bleiben es hat am Anfang geleckt aber dann nicht mehr es war komisch weiß nicht was das mir damit sagen wollte ich sehe es aber eh gleich kommen gleich kommt wieder dns bla bla naja und solange es lädt guckt halt einfach unten im Video wann es weiter geht dann äh ne dann müsst ihr nicht vier von vier juhu dann müsst ihr nicht so wie ich hier sitzen und warten jetzt haben sich zwei verabschiedet und einer ist geblieben nämlich der der so aussieht wie ich das ist lange lädt ist kein gutes zeichen wollte ich nur mal gerade gesagt haben jener Spaß jener Multiplayer Spaß es ist ich geb dir gleich ich es ist so ein Betrug es ist so ein Betrug man ja nun also haben wir noch kommen wir noch in ein Spiel ja wir kommen noch in ein Spiel unglaublich Taube 007 Amanda 07 und HC 28 alle mit ner Nummer und ich bin Conan Con 88 alle mit ner Nummer das lebt mich schon wieder viel zu lange das länder das ist es ist es ist so kann man auch in punkte absteigen ist das hier das internet kann doch nicht sein ja okay wir lassen es ist ich hab's verstanden also manchmal wird kurz neu mir doch wurscht uns ein paar erster in m m holen wir uns ein paar erster goomba meint let's go so m ah verstanden ich bin blöd ich bin doof wie hoch komme ich gar nicht hoch äh nein der ist da oh das war knapp ja tür oder röhre da ist mein ziel ist das die tür die zur röhre führt er zum ziel führt das war ja ein spannendes level komm erst dann es ach so erst aktualisieren wir lassen das bild gar nicht lachen wir gucken einfach rein was kann schon schief gehen was kann schon schief gehen so rätsel smb 3 cooles rätsel ok wir kriegen eine blume und behalten die hoffentlich auch mit normen gott ich hasse notenblöcke das wollte ich nicht wie was ach so ach so ach so ach so könnte zwar noch darüber aber okay verstanden diese ich hasse notenblöcke entschuldigung so neuer versuch wollte ich wissen müssen dass ich da durch soll ja richtig man kann es nicht wissen cooles rätsel cooles rätsel das ist ein selten blöder aufstieg hier gewicht gut ja keine ahnung das hat mit rätseln nichts zu tun wenn es pures glück ist wohin man muss ok lassen wir das level daher habe ich jetzt echt keine dafür da fällt mir was ein ich wollte doch da raus ich wollte doch wie komme ich dazu ach da ich wollte doch das kurze level nochmal ausprobieren welches war das denn das war auf jeden fall ein bros level das war weiter oben das da war es genau das da war es das wollte ich ausprobiert jetzt haben wir ja jetzt haben wir ja leben jetzt können wir ja hier probieren aber das war nix für für endlos modus so so let's go es ist ich sterbe halt immer da weil ich da zu schnell nach links drücke und es wäre im endlos modus das kann ich jetzt spielen jetzt habe ich da auch bock drauf aber aber im endlos modus ist das nix für mich ah mein gott verstanden boah das ist echt krass nee es ist nicht null das ist nur fürs leben wenn man da unten runter gefallen ist hat man es geschafft okay das ist nur fürs leben was ein joke was ein joke wenn man das leben will muss man die wolke noch hoch springen aber so braucht man das nicht ei 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 aber das hätte jetzt hat er es hätte weder leben gegeben noch null noch hätte ich es in dieser in der runde geschafft also das war schon richtig so dass wir das geskippt haben so jetzt wieder zu neu zurück nsmb quatscht haben kollektivit coin vor bonus also brauchen was er nicht gut bonus interessiert nicht außer des levels echt cool dann interessiert der bonus vielleicht okay da unten ist noch ein offdings okay sobald wir den drücken müssen wir zurück ah äh ah ja den kann ich ja mitnehmen hä okay 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 äh k definitiv me Ach so. Ach, hier kann man hoch. Ah, jetzt bin ich hier oben drauf. Hm! Oh, das war, das war ein Tick zu bald. Aber ja gut, okay. Okay. Mit dem P-Switch, wow. Mit dem P-Switch wäre es jetzt auch noch heller, ne? Glaube ich. Nicht sicher. Äh, alter! Okay. Okay, hier ist auch noch dicht. Okay, hier kann ich... Da ist er! Okay. Jetzt müsste ich entweder zurück oder da oben weiter. Hier ging es ja auch weiter, ne? Hier konnte ich ja auch rein. Hm. Okay, immerhin sehe ich, wie der war. Ach, jetzt komme ich zurück. Ach, und jetzt hole ich mir erst den P-Switch. Aber ist dir das falsch rumgelaufen am Anfang? Ah, aber das kann man ja nicht wissen. So, was soll man das denn wissen, wie man das ablaufen muss? Und jetzt nehme ich den mit und gehe damit da unten rein. Will ich den da oben reinhängen? Nein, mich will ich da reinhängen. Aha. Checkpoint. Sehr gut. Okay, dann wollen wir da nicht lang. Aber hier auch. Achso. Jetzt werde ich ihn schon nicht mehr mitnehmen. Nein, ich bin zu langsam. Ich habe halt gehofft, da hätte man reingekonnt, aber wo hätte ich jetzt hingemusst? Scheiße. Also, die sind einfach nur... Das wollte ich nicht. Egal. Hätte man... Ah, ich hätte so in die Mitte gemusst und dann wieder rechtzeitig raus. Ah. Aber jetzt... Ich verstehe nicht, wohin ich muss. Ach, da ist... Was soll man das denn sehen? Oh, ich sehe da was anderes. Ach, da ist nur eine Münze. Wozu? Hä? Äh? Warum? Ja, tschüss. Oh. Äh, okay. Was ist hier? Hey, das ist der andere Raum. Ah, okay. Das ist ja sogar logisch aufgebaut. Geht man oben raus, kommt man oben raus. Cool. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich kriege hier eh einen Pilz, von daher ist das für mich irrelevant. Also, jetzt machen wir da einen großen... Jetzt sehe ich die anderen Ranken. Wie habe ich die vorhin nicht gesehen? Hä? Wie habe ich das vorhin nicht gesehen? Ich war da richtig klein. Hä? Wie ist jetzt mein Ding so groß und vorhin war das so klein? Was habe ich jetzt anders gemacht, gerade? Hä? Ja, keine Ahnung. Jetzt sehe ich das alles. Vorhin habe ich nichts gesehen. Okay, ich vertraue dir, Pfeil. Hätte aber die andere eh nicht gefunden. Okay. Also, kein Bonus für uns. Lull. Obwohl ich so lange gebraucht habe. Ja, gut. Ja, gut. Was? Für M. Jetzt hat er den Weltrekord geknackt, ne? Nee, M spiele ich nicht nochmal. Ach nee, M war ja gar nicht das kurze Level. Äh, ich bin doof. Passt schon. Hammer. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Hammer, Hammer. Spielen wir Hammer. Und dann hören wir auf. Auch wenn ich den Hammer nicht mag. Aber vielleicht hat er ja cool eingesetzt. Das war jetzt bestimmt nicht so smart. Okay, das war smart. Null. Okay. Dann halt doch so rum. So, der geht weg. Und dann kann ich durchlaufen. Null. Da ist das Ziel. Ja. Ja. Kein Buu, aber auch kein Like. Hätte ich gesagt. Aber wieder erster. So muss das. Gehen wir noch, gehen wir noch mit, mit WG on Trip. WG goes on Trip. Ei, ei. Machen wir eine Reise. Äh. Was ein Trip. Was ein verrückter Trip. Oh mein Gott, bist du WG. Oh nein, das wollen wir nicht drücken, WG. Das drücken wir nicht. Nein, WG. 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 Und nein. Ich brauche WG zurück. Ohne WG gehe ich nicht weiter. So. Weil WG kann Feuer. Und ich nicht. Und no. WG. Okay, wir gehen ohne WG weiter. Oh. Oh, da ist eine Blume da oben. Oh, wir brauchen die. Wait, das kann man komplett skippen. Das kann man komplett skippen. Ist das dumm gebaut. Ist das dumm gebaut. Was ein Blödsinn. Das war schlecht. Ah, das da hinten kann ich komplett skippen. Basuf. So. Man. So werde ich nicht der Erste. No. So werde ich nicht der Erste. Gib Gummi. Yes. Yes. So. Move. 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 an denen vorbei ist egal geht immer noch mit joshi wäre es halt einfach acht bist acht bist das headset runter aber jetzt kommen wir hier konstant durch nein bleib hier ok nein nein du nicht ja du so ja ist das ist das ist das jetzt nicht mal den rekord oder hammer rekord wurde gebraucht fasziniert machen wir das noch ja kommt geben wir geben einen einmal noch eine speed und dann dann ist aber wirklich schluss dann ist aber wirklich finito ach du schade das ist gar kein speed what hä wohin warte ich soll aber nicht ach so dass stadt ach so kommt hier ein schlüssel mit der luft und es sind irgend so der boxen schlüssel aber da komme ich ja nicht ran dann muss doch hier am anfang da muss doch irgendwo eine unsichtbare kiste ich finde wieder die richtige taste nicht da ist die richtige tat aber das war dumm ok verstanden was ein quatsch ich meine es ist komplett dumm ich meine es ist komplett dumm ich meine es ist einfach am ende irgendwo ein schlüssel oder muss ich wieder den ganzen weg zurück oder da drüben ich muss hier weg ist ja gut jetzt ist ja gut jetzt wait ich brauche überhaupt keinen okay das geht okay das geht mir langsam an okay langsam angegangen wofür denn wo wird denn dann die schlüsseltüren wo wird denn dann die schlüsseltüren wo wird denn dann die schlüsseltüren das im multiplayer ja ich ich glaube manche level kann man einfach nicht checken okay da spielen wir noch da ist boden aber irgendwas muss da oben jetzt herauskommen oder da ist ah ja oder so oder so oder so okay das ist ja nett hier konnte ich stehen und das ist ja auf und auf auf ich musste gerade super gut gepasst dazu dass der pilz rausgefahren Ja, das war's dann halt, ne? Cooles Spiel. Super. Ganz toll. Ganz toll. Ach, da war ja noch einer. Da fährt der Pilz einfach raus und gibt mir den Sound, ne? Unfassbar. Wie stabil sind so Wolken eigentlich? Really? Wie komm ich denn da jetzt rein? So. Okay. Okay. Der Weg sollte safe. Nein. Doch. Wenn ich dann so reingehe. Hä? Muss ich höher? Ah, ich muss höher. Ah. Äh. Äh. Da ist doch die Hälfte Troll wieder. Danke. Die Rote kann ich gar nicht. Danke. So, glaube ich, habe ich drei Hits. So. Dann kann's ja nur design. Wait. dicke queen. So. Tschü- Da krieg ich sie wieder. Aber jetzt muss ich. Okay, ist das die Tür? Nice. Uiuiuiui. So eine Mischung aus... Ein bisschen Troll war drin, aber auch nicht so viel. Wenn man genug Power-ups dabei hatte, hat man es geschafft. Aber toll will ich jetzt eigentlich auch nicht geben. Dafür hat er zu viel Softlock-Stellen drin. Eieieieieieiei. Ich kann nicht aufhören. Ich muss aber. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.